so hallo und herzlich willkommen zurück zu ja ich hatte gestern noch was egal einfach legt aus die skywalker sage ja genau und zwar in der episode 5 auch die episode des mikes genannt hallo hallo ja freuen wir natürlich wieder dass du hier bist sehr intelligent und das auch aus kompliment an unsere zuschauer die wiederum gern diesen kanal abonnieren dürfen sollen nicht nötig fühlen aber doch ja bitte kommen wir brauchen das wir wollen ja mal was verdienen mit dem scheiß keine sorge ernst wir sind gleich weg hier geht schon los vorbereiten auf lichtgeschwindigkeit die kommen immer näher ja aufgepasst ich hatte bereits bemerkt dass der hüfer am tritt beschädigt wurde wir können nicht auf lichtgeschwindigkeit na toll aber wir können sie aus manövrieren ich weiß nicht was ich abschießen das schießt einfach das sind ihre schilder noch aktiv wo fliegst du hin ja was machst denn er habe ich bin ja jetzt gestern ungestimmt mit unseren steuern ja dann stellt er wieder zurück wir fliegen in die kommandozentrale also kurze technische probleme wir sind gleich wieder für sie dort nein auf spieloptionen wir könnten diese episode auch der der das mike perium schlägt zurück du fliegst übrigens zurück gerade dass immer herkommen ich weiß jetzt drehen wir wieder um nein ich kann hier nichts zerstören wieso nicht warum ja da habe ich was kaputt gemacht kein problem wo ist denn der millenniums falk verschwunden ja dann bringt diese hinter uns machen wir eine rolle flieg mal ein bisschen schneller immer beschwerde sich nummer zwei hallo 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 ja den habe ich verpasst entschuldigung ja da sein jawohl ja 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 das wird's jawohl das bei dem aus jawohl pass den ja ne jetzt oder noch vier hier ist doch bestimmt ja da recht zwar werden muss ja übrigens schon erheblichen schaden jetzt geben wir ein bisschen gas und fliegt ein bisschen da sein wenn ich ich krieg das schon hin die münzen mit die münzen mit hier ja 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 da wird jetzt noch schnell durch die ringe ja da Ich war grad leer, du warst hart. So. Oh nein! Noch einer. Perfekt. Oh nöööö. Mann, noo. Wie ich da... gerade hier war. Ja, aber die muss ja Geschütze jetzt zuständig machen. Ja, aber auch TIE Fighter, die doch wieder sind. Ja, perfekt. Hab ich jetzt? Ja, wo es so lila leuchtet. An den Sternenzerstörern selber. Da unten zum Beispiel. Wir sind übrigens gleich tot, ne? Ja, ich weiß. Aber wir haben 4 zu 4, das habt ihr nicht so. Was sind denn? Warte mal. Okay, ich hab jetzt einen. Einen? Wir haben doch... Okay, jetzt hab ich keine mehr. Aber 5 sind schon dauernd. Wir haben ein paar Reden. Ja, das ist zu schreien. Da hab ich 3 Satelliten oder sowas zerstört. Da bringt... Flieg schneller, Stefan, bitte! Ach so, die kann man ja so nicht. Ja. Schneller! Manöver fliegen! Oh. Wow. Der wird doch eh keine mehr. Ist doch egal. Ja. Oh, hallo. Na jetzt doch. Ah, wir haben 4 wieder. Ja. Passt. Ja, dann bring mich da hin, wo die sind. Ja. Sechs. Wieviel brauchen wir noch 4? Da vorne. Was sind denn die anderen? Ah, jetzt hab ich keine mehr. So, hä? Wer ist denn der 2 Stützen hier mit Torpidos? Egal. Ja, ich baller halt die... Ich baller die heute raus, weil ich mich sicher treff. Ach sooo... Äh, na das... Warte. Ich hab wieder welche. Warte. 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 Okay. Ich hab doch gebraucht. Lol. Sag gar nicht sowas. Ja. Zum Glück bin ich der beste Bordschütze der Galaxis. Das ist der Ruiden. Chewie kost 2.7.1. Nein, du fällst mit 2.7.1. Was machen sie? 3 P.O. mit der Gießkanne? Ist das eine Ölkanne? Ist egal, wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, die Bordschütze der Galaxis. Sag mir nie wie die Chancen stehen. Die Chancen stehen. Seine Chancen stehen. Oh, jetzt greife ich direkt erst durch. Oh nein, die Chancen dafür stehen ganz schlecht. Ja. Ich denke es richtig. Ja, hast du... ...dann steht's dann für mich hier. Ja, den hab ich noch schon vorher gesehen gehabt, den war Pranje. So, wieder die bitte etwas schneller zu kriegen. Ja, aber... Da Minikit rechts! Das hieß dann mit Minikit Das war doch halt so Weiß ich was ich da abschießen muss Weiß ich auch nicht Wir haben einiges Oh Ich meinte es muss ja abschießen, ist das einfach mehr Ja Ah doch, du hast doch Aber Trotzdem Kommt der denn von der Seite gleich her Wo ist das Andere? Ah das ist das Zell wenn man die abschießt Du hast noch Münzring? Ja Wo war es das Letzte? Das ist ja das Zeug nicht Äh ne dann dreht nochmal um Tja Das wollte ich grad Falls es geht, dreh nochmal um Mach ich denn ein Turnaround? Turn the ship around Ne warte dahint ist es doch Ist es das? Äh ja wenn ich jetzt mal hallo Nein du musst mal Ziele Haben wirs? Ja ist Oder? Du musst wieder die anerwählen das sieht ziemlich gut aus ich hoffe sie wissen was sie tun schilder und er hat mir sagen wir dann auch was hast du dafür ladung auf dem schiff ich nehme kurs aus dem system das war das level ja wenn wir fliegen so inkompetenz auch wohl dass die historien entfrieden ok ausweich manöver wir keine abgeschossen da haben wir jetzt plus 1 waren denn die anderen die viele charaktere jetzt darf ich wieder selber fliegen aber wo fliegen wir denn hin beziehungsweise das wichtigste dahinter ist der kopfkarriere ja und hier ist irgendwo bestimmt wieder komet auch ja genau den suche ich hallo ja das ist das perfekte verbrechen ist er ja dann kriege ich schon das ist ganz schnell wo ist denn hier der kopfkarriere also ja schaut ja tatsächlich so aus da hier liegt es ein rennen oder ja da waren wir vorbeigelungen das ist meistens ja ja das fliegt denn der an mir vorbei nein nicht so nah 1 ah nee was ist denn jetzt eigentlich diese zylhilfe ja wo ja wo ist vor allem hier das nächste Tor ah ich stelle mich gleich glüder ja jetzt weiß man wie es mir geht ah hier ist der kopfkarriere ja jetzt weiß man wie es mir geht ah hier ist der kopfkarriere ja den kannst du jetzt unterm rennen machen ja das wird nix mit newt gunray sorry mit newt gun will mag dabei kann mit newt gun.'s mit newt gun will mag dabei kann mit newt gun mit newt gun mit newt gun Ich werd auch, brauchst du nicht schaffen, wenn wir... Und 5 Kabelkristalle, ey. So, dann wirst du nichts schaffen. Aber dass du das vielleicht normal machst, oder? Ja, wir können das gerne zusammen machen, aber... Ja, okay. Nein, können wir nicht. Egal. Ich coach dich jetzt. Ja, siehst du was? Nein, überhaupt nicht. Ist das vielleicht der blaue Pfeil? Ne, das bin ich. Das Problem ist, ich kann den Schub nicht automatisch so weit oben halten, wie ich den gern hätt. Oh nein, kann ich das nicht einfach mitmachen? Entschuldigung, ich... Ist doch nicht. Ah, da ist es wirklich eins. So, wir müssen die 1... Na... Willst du einfach neustar? Also, da rausgehen... Ja, ich... Äh, wir gehen da raus. So, das weiß ich natürlich auch nicht. Naja... Ist du das irgendwie... Weiß jetzt wirklich gar nicht, wie das... Ja, fliegt du einfach mal in Richtung Dagobah. Dann... Das... Überlasse ich dann an Felix, äh... Ja, okay. Äh, ich war da nicht. Dann fliehen wir nach Dagobah. Bitte, ja. Ne, ich war nicht, das hofft. Ey, so, ich auf Basis. Achso, ähm... Irgendwo... Ne, dann muss ich das auswählen, ne? Galaxis Cut. Reisen, Dagobah. Hältung mit Dagobah. Ja... Ja... Ich dachte tatsächlich, bevor wir... Bevor wir praktisch jetzt... Da die Perspektive gelesen haben, wieder zu Luke, ist der schon nach Dagobah irgendwie. Ich dachte kurz, wir sind im Weltruhe über Dagobah zuerst. Aber schau, wir waren doch nicht im Weltruhe überhaupt, ne? Ne. Und das heißt, wir können... Ja, wir können mal ein Kristall suchen. Ja, ich trinke... Ich trinke... Ich trinke... Das... Wäre ich kaum über Mustafa? Ich habe keinerlei Städte oder technische Einrichtungen registriert. Wann kann man denn von hier noch Muster verweisen? Ich weiß nicht, liegt offenbar zu sagen. Schau mal halt auf der Karte. Also, eigentlich liegt das ja... Basen mit Karten. Wieso? Wann sind Städte? Ja, Droscha. Der Direktor und Uta Power. Hm. Alles im Autorim. Uta Power Musterfalt gibt es denn das da oben? Ey, es gibt schon Astro, ich habe es nicht gewusst tatsächlich. Oh, die Unbekanntregion. Terrier. Und Terrier. Und weg mit den Kometen. Gräter. Gräter, Javin. Was soll das denn sein? Beim Havum ist das... Hier ist Javin. Wir müssen den neuen Töten. Okay. Ich habe mich tatsächlich geschreckt ein wenig aus auf diese Karte. So ist es gar nicht gewusst. Ui, die Meister Yoda, nö. Äh, es ist schon wieder ein... Ja, ne, es ist schon wieder ein Level, oder? Hast du die Komet schon? Ja, ja, den Komet habe ich. Warte, dann schaue ich mal. Okay, jetzt bin ich das Geschichte vorzessen. Ich wollte auch die Kopfgeld... Ne, scheiße. Ja. Niemand macht Kopfgeldjäger. Niemand macht Schmutzlevel. Ja, das ist auch... Das ist wie nur ein Index. Ja, ich komme gleich zur Seite rein. Aber man hat jetzt tatsächlich selber keine Steuerung. Ja. Ja. Boing. Auf der Seite da Felix noch nicht was geht. Cutscene. Dreck. Zoom. Das ist ein Zoom voll Dreck. Wo? Da haben es ein Zoom voll Dreck, da haben es ein Zoom voll Dreck. Rat mal wer da reinfällt. Haha. Äh, Kraul da im Schock. Wird etwas vorsichtiger. Was? Also ob du jetzt kein, äh, kannst du ganz froh sein, dass du es nicht besonders schmeckst? Wir sollten unser Lager aufladen. Du hast jetzt unsere Ausrüstung. Ja, wo ist unsere Ausrüstung? Was bauen? Ich werde jedenfalls nicht da rausschwemmen. Sehen wir uns mal oben. Sehen wir uns mal oben. Da sehe ich Münzen. Du kannst sowieso auch ziehen. Ja. Ich hab schon. Ähm. Äh. Gebauen. So ein Greifer. Ein Greifer. Ein Greifer. Ich halte, dass die Insektoiden ab. Was sonst noch so rauskommt. Ah, jetzt wird er ausgehört. Und das ist... Schau mal kurz. Also kommt die Geschichte aufbaut? Fünfmal. Aber das heißt ja, wenn das Geschichte ist... Oh. Na, was denn? Du spielst die Insektoiden jetzt. Warte, kann ich dich benehmen? Ne, ich bin doch noch keine Idee, ne? Ja. 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 Wobei der Held... So ging das auch hoffentlich schon. So viel Schmarrn. Ja. Bist du? Du bist Kategorie Held. Und nicht Jedi. Ja, eben. Oh, blind bist du. Ich weiß nicht, wo ich tu grad rum hüpfe. Ja. Da wollte ich dann neu. Hier konnte ich die Gegend, mein. Oh, das ist eine Goldhöhle. Aber dann musst du jemand zu Hause? Äh, du kannst jetzt... Jodas Rübele ohne Yoda. Du wirst die Geschichte nicht vorgesetzt, das ist ein... Ja, ja, aber... Das hier machen, was ich will. Oh, ja. Woher kochen da los? Schöne Gemüse. Wurzelblätter. Wurzelblätter hab ich selbst gekauft. Wurzelblätter hab ich selbst gekauft. Wurzelblätter, ne. Nein, ich wollte da nicht noch mal rein. Ja, warum bist du dann da noch rein? Ich hab nichts gedrückt. Ich schwör. Ich schwör. Ich drück nix. Ah. Ja, jetzt... Ich glaub, du musst du... Ich weiß nicht, was du da glaubst, aber... Ich weiß nicht, was meinst du... Wahrscheinlich geht es fast schwer, dass ich dich nicht bewegen muss. Ja. Das Kissen. Ja, das geht natürlich erst, wenn... Die Geschichte läuft, glaube ich. Wenn du dein Jedi-Training aufnimmst. Ja, genau. Weißt du... Ich sag, er hat der... Er hoffst denn schon den Druid nehmen können, der Luke. Jetzt komm, ich will einfach nur ausprobieren, ob es geht, weil es wäre okay. Ja, ich komm. Ich bin ja nicht der Felix. Ja. Jetzt muss ich ja den gefährlichen Weg durch diesen Sumpf dort nehmen. Ja. Ja. Ja, wir sind lauter Äste im Weg. Das ist natürlich gar nicht gut, ja. Na, wir sind Münzen. Die nehme ich nur mit. Oh, weißt du im Auströde? Ja, 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 ja. Die sind Galaxisweit. Mein Auströde. Das ist jetzt ausgeführt. Moment. Weil wir müssen schlafen gehen. Oh. Also ich bin jetzt hier bei der Geschichte. Aber ich seh's. Hey, ich kann nicht gehen. Hey. Welche Tatruise. Ja. Ja, aber es ging nicht. Ging es da vorn? Warum hast du? Ja, weil ich jetzt beten hatte so vor. Muss ich nur noch diesen Yoda finden. Mhm. Der überhaupt existiert. Da könnte ein Java-Café. Kein Neid will ich dir zuschauen. Mein Jedi-Meister. Oh, Yoda. Du suchst Yoda? Was tue ich eigentlich hier? Das ist doch alles nur Zeitverschwendung. Unterweisen kann ich ihn nicht. Keine Geduld hat der junge Mensch. Er wird es lernen, Geduld zu üben. Oh. Oh. Du. Ich bin bereit. Ich. Äh. Ich kann ein Jedi werden. Oh nein. Du bist bereit. Oh nein. Na. Oh. Bist du von bereit sein? Was weißt du davon? Um ein Jedi zu werden. Trainieren, üben, lernen du musst. Ja, Stefan. So kurz aus. Womit fange ich an? Zu erst? Viel üben und trainieren. Erstmal muss man den Troiden hochnehmen. Ja, ist mit Jode auf dem Rücken, kann ich's. Glückwunsch. Jetzt eine Übungspuppe. Maustroide. Was? Was? Maustroide? Nein. Kann ich den nicht machen? Ähm, machen. Perfekt. Da steht ja nix oben, dass das bringen würde. Ja. Also steht da da, wenn da oben links was, oder? Eigentlich schon, ja. Das ist der Trainings Kapur. Was ist denn meine Aufgabe? Ich muss die ganze Zeit einfach nur hinterher rennen. Ja, und darauf warten, dass ich dich brauche. Ja, wow. Jetzt weißt du, wie ich mich immer gefühlt habe. Ja. Nicht schön. Die sind wirklich nicht schön. Also du könntest die Kisten annehmen. Aber... Warte? Warum führte du mich? Mann, du hattest jemals Hot Dogs Kisten. Warte mit den Kisten, wo soll ich denn hin? Jetzt da hoch. Ich mich. Ich weiß. Ja, genau. Fein. Sehr schön. Da mach einer, ja. Der Sumpf bringt dich leider nicht um. Ich wusste nicht, dass es geht, sorry. Da bringt dich der Sumpf eigentlich nicht um. Nein. Da bin ich einmal in der Position Felix, da kann ich dich nicht mehr gut runterschmeißen lassen. Das tut mir leid. Noch gar nicht, wacke. So, ich stell mich jetzt nebenhin und schau zu. Ja. Heute ist die Stefan vorgegangen. Kann doch mal zeigen, was er kann. Nix, das weiß man doch. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja. Du bist ja dankbar, dass ich nicht der Felix bin. Wirklich. Äh. Also, dann müssen wir jetzt sagen. Okay, weiter. Was? Ähm. Ich brauch dich gar nicht. Steu mal. Weil sie dir jetzt nochmal da hoch stellen. Das gilt für mich nicht. Das ist für dich scheiß. Warum? Und wie? Schon wieder. Weil ich da hochgesprungen bin und dann nochmal B drückt. Und dann bin ich. Warum? Wie hast du denn beim Hochsprung B gedrückt? Kann ich zum Rad ziehen und dann hat es nicht äh, äh, akzeptiert. Und dann hab ich dann Boden Jump gemacht und der hat die Kisten weg. Äh, das soll ja nix sehen. Ja. Problem ist glaub ich dann hier nicht weiter. Ja, siehst du mal. Was siehst du denn da? Das ist jetzt wieder dein Part. Jetzt nicht, doch. Ja, was schwingen. Wie. Wie. Ja, die Arne halt. Ja. Äh, woher muss ich denn hinschwingen? Wahrscheinlich nach links von dir aus jetzt oder nach hinten. Ah, da ist eine. Äh, aber warum? Ja, du bist auf der Falschen. Ja, schulden. Warum ist die da? Wie. Was wenn die Kisten schon wieder runter? Ich glaub doch du brauchst die nicht mehr. Es ist gesetzt. Wie belastend ist das? Das ist ja wirklich die schlechteste Folge. Jetzt lass die Kisten einmal in Ruhe. Ich werd bestimmt noch mal reinstecken. Man. Da 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 da. Ja ne. Falscher Richter. Kann schon mal auskundschaften was die noch so befürchtet. Ja ne ich war falsch Richtung. Hä? Ne das sieht einfach gleich aus ok. So und wie hab ich es jetzt grad geschafft da dran vorbei zu springen? Das weiß ich nicht. Hä? Wie ging das denn? Sag mal ist das die Rettungskapsel mit der von Kashi konnte? Oder ist das was anderes? Ja keine Ahnung was soll denn das sonst sein? Weiß ich nicht. Ja das war früh mit meinem Verkürz und äh. Ich find's auch falsch hier oder? Ja ne ne ne. Das find ich ja nicht ganz... Uiuiui. Hehehe. 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 Tunner da oben rum. Hehehe. Wie schön. Jedi-Meister. Die kann man nur im Kreis fahren. Folgst du einmal diesem dunklen Pfad? Beherrschung. Hoffentlich wird es ein Jedi-Meister. Wo tut mir leid es ist mein Luke Skywalker. Hehehe. Na ich will nie. Äh. Da würd ich gern mehr drüber erfahren. Der dunkle Pfad das ist da. Während dessen beim dunklen Pfad. Ja eigentlich. Mehr werde ich heute dich nicht lehren. Von allen Fragen befreie deinen Geist. Wartet. Irgendwas stimmt nicht. Jener Ort dort. Von der dunklen Seite der Macht ist er erfüllt. Im Reich des Bösen gehört er an. Dorthin musst du. Du musst da rein. Genau. Wie du jetzt da rein darfst. Was soll das denn? Als er jetzt so. Warum denn? Ich bin wichtig. Ich hab hier sicherlich auch meine Albträume. Ich. 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 Boah. Ich dachte schon ich bin der Viereinheit. Oh nein. Sowas oder wie. Mhm. Ja oder. Ja. Ich würde jetzt dich gegen den Kämpfen lassen. Ja. 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 Ich. 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 kriege ich ein Raumschiff ab. Ich. 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 Big Big Swing. Ja. Logisch. Bedeutet aber auch hier ist ein neuer Komet. Danke. Einziger Raumhaufen, er wird dazu. Ja und wieder Kopfgeld. Ich schau mal wieder nach dem Kopfgeld. Flieg zurück nach dem Kopfgeld Jäger wenn du eh wenn du über die Asteriden kommst ziehe 4000 muss ein republikanisches Petit sein. Ja. Prost. Wie seht ihr, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich freue mich ja ständig. Ist das Mikro drauf geschossen oder? Nein. Ich bin ja nicht der Felix. Das ist so schön, der kann sich nicht dagegen wehren. Wer weiß, dass die Vorwärfe war sind. Vor allem wenn ich in Komme. Ah! Ich bin selber fast wo der Gegenflug. Ja, hast du wenigstens den Komet? Ja, den Komet. Schau mal, ob ich... Ja, den habe ich nicht geschafft. Wolli, jetzt müssen wir halt anders wieder hin, aber... Ja, ihr müsst das sowieso... Ja, also es sind gerade erst... Wir haben noch nicht mehr 200 Kalberkristalle von 1100 irgendwas. Ist doch nichts richtig. Also... Ja, aber die Weltraum haben wir immer. Ja. Eben deshalb müssten wir endlich in den Weltraum wieder praktisch. Könnten wir gleich auf die Planeten landen. Ich war schon auf einigen Planeten und da sind immer 5 drin. Und für jeden waren jede gibt es 3 und für jedes Level gibt es noch 3. Ja, das sechste so... Äh, u knapp. Hey, wie geht's dir denn, du alter Pirat? Schön, dich mal wiederzusehen. Wie geht's dir so, Chewbacca? Hallo, wen haben wir denn da? Ich bin CWP-U, Roboter-Mensch-Kontakter. Sie gehören wahnsinnig zu uns hier in den Wolken. Nun, er bleibt ganz freundlich. Ja, sehr freundlich. Ich habe noch nie genutzt. Das erzählt Ruide, Stefan. Das sehen wir jetzt gerade weniger. Du weißt, was passiert, wenn du draufdrückst? Du kommst zu den Tipps. Ah ja, doch. Oh, reden. Wolkenstadtbewohner. Bürgerin. Dank. Köst. Geht nicht zur Oberfläche runter, um sie zu suchen. Es ist ein einziger gasförmiger Albtraum da unten. Ein gasförmiger Albtraum. Gasförmiger Albtraum. Aha. Ah, da gehen wir nicht runter. Hast du ja gar nicht gesagt. Deswegen gehen wir auch jedes Mal, wenn ich beim Mundi ins Zimmer reinkomme. Das ist halt der zum Sinn. Ich dachte, den machst du jetzt. Soll ich das mal machen? Wie viele Kilometer reisen. Oh, ein tödliches Gaslag in der Wolkenstadt. Oh, und dann? Was ist denn? Also wo? Das ist ganz schön, das ist noch kürzer. So kulturiert. Ja, mach jetzt mal. Seite geht das Gaslag. Warum ist er eigentlich eigentlich schon wieder Münzen? Weiß ich nicht. Das ist leid. Warum steht nicht einfach... Ja, vor allem hat er uns ja nicht gesagt, wo? Er hat gesagt, na, irgendwo. Ja, ich weiß es ja auch nicht, wo das ist. So, was ist das zu tun? Ja, ich weiß, du hast jetzt Angst vor mir. Ja, hallo. Der halbherzige Harry hat wieder zugeschlagen. Der hat sich ein paar Geldautomaten vorgenommen. Die nicht fertig angeschlossen. Solange die Verkabelung nicht fertig ist, drücken sie kein Geld raus. Oh nein. Der halbherzige Harry. Der halbherzige Harry. Alles geil. Das klingt fast so schlimm wie der hartdeckiges Bewohner von Peace. Ich werde doch nicht in den Bezirk Usku gehen. Gibt es den hier eigentlich auch in der Wolkenstadt? Muss ich gleich mal schauen. Bezirk Usku. Vor einiger Zeit hat mein Kumpel einige Vorräte vor dem Imperium gerettet. Und in der Wolkenstadt versteckt. Gut versteckt, sagt er. Gut versteckt. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Aber ich kann ja nicht am helllichten Tag Wände einreißen. Ja, aber wir können das. Wir können das wirklich sein. Ist das hier? Warte, lass mich mal kurz schauen. Okay, das ist ein Level. Winterschlafplatz. Das war Winterschlafplatz, glaube ich. Oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall, genau. Hallo. Ich habe auf, an den Computer zu gehen. Ähm. Das ist ja dann. Stratz. Böde Stratz. Stratz. Ähm. Ja, ja. Genau, aber das war ja wichtig. Warte, können wir jetzt hier. Oh, Mausriede. Dann können wir Charaktere wechseln. Ja, ja. Dann sind die Hände, sorry. Ich bin aber an sich ganz zufrieden mit meinem Han Solo. Was ist da drin? Ist da was drin? Ja. Schaut bloß so kalbe Kristallik aus. Okay, hier ist einer. Der andere, was du brauchst, man jetzt. Das weiß ich noch nicht. Der halbherzige Harry. Das ist der halbherzige Harry. Der halbherzige Harry. Ist das der halbherzige Harry vielleicht? Der nice. Auf Eis zu essen. Oh, wir brauchen irgendwas mit Knöpfen hier erstmal. Tja, dann machen wir. Der Ugnaukt, da warst du auch schon, ne? Eigentlich liegt es mal da, der Rihanna. Oder? Beim Ugnaukt warst du auch schon, ne? Der ist der Ugnaukt. Der Ugnaukt. Der Agnath. Der kleine Ding halt. Keine Ahnung, was hat der gesagt? Wo du beim C-34 warst. Ja, ja, ja. Was hat der dabei gesagt? Irgendwas. Das ist mit dem Gasleck. Ja, genau. Das ist ein Ugnaukt. Also, die schreibt man, glaube ich, tatsächlich so. Irgendwas so. Ugnaukt. Schreibt man die. Ah, Agnath. Ich bin es, sorry. Okay. Baron Calvician. Baron Calvician. Das ist ja schön. Ist das ein offizieller Titel? Humbaa. Also, ich verstehe nicht ganz so, wie ich das hier aufmachen muss, weil hier ist kein Strom. Oder irgendeine Stimme. Ah, durch diese. Ah, ich tue das. So ist das ein Nähnmacher. Doch. Geht. Komm, jetzt wieder hoch. Warte, kann ich jetzt mit Landuriden, nachdem ich mit dem geredet habe? Nein, nicht mit Landuriden. Das ist die Story. Ja, okay. Der steht praktisch vorm Level und könnte vielleicht nochmal extra mitgelegen. Wieso habe ich denn jetzt... Sag mal, ich stehe hier. Ja. Ich habe gerade den Kalbenkristall aus der Kiste gekriegt. Genial. Ja, schon, oder? Ja, warum ist die eigentlich jetzt offen? Was hast du dafür gemacht? Äh, ja, ich bin auf der Seite runtergesprungen und habe da... ...den Knopf drückt. Ah. Und hier? Was weiß ich hier nicht? Achso, das ist wieder der. Flugenaugteuerbörter. Einstecken. Diese Anleitung jedes Mal kommt. Aber hat er vielleicht... Das war der einfachste Kristall, glaube ich, in Siegach. Die Gruppe Gas. Zwischte Wartungs... Hä, weißt du, hältst du nicht was anderes? Warum redet der so komisch? Weil es halt ein Ugnack ist. Ne, es ist was anderes. Ja, wie ein Duft, die müssen Sie nicht widerstehen können. Gehe auf der Karte. Ja. Was ist denn der auf der Karte? Markierte Punkt. Hä? Hallo? Achso, nehmen wir uns das ja. Ja, würde ich gern. Das ist ja... Achso, jetzt... Ah, jetzt darf ich den grünen Pfeil wieder folgen? Ne, den blauen nennen wir mal. Oh, ich sehe so ungewunschte Leid. Ist das ja... Oh, hier ein Bösewicht. Ein Bösewicht? Bist du denn kein Bösewicht? Der inkereale Küstentruppler ist kein Bösewicht. Nein. Auf keinen Fall. Äh, bin ich da zu sch... Hallo? Schwer blöd. Silberstreif. Äh. Also ich habe jetzt schon drei Kristalle kohlen, wie wärst du? Nur nix, aber das kennt man ja von mir. Aber was ist jetzt das da oben? Was ist das für Ausrede? Ausrede. Ausrede. Ah, jetzt bin ich hier für alle Küstentruppler. Perfekt. Ganz woanders. Ah, 8 von 20 haben wir. Ja, das hat es gesehen. Vielleicht war das vorher auch, aber das war nur so kurz. Okay, und jetzt wollen wir noch irgendwas anderes anzeigen. 0 von 5. Irgendwas gelbes, goldenes. Gelbes, goldenes. Bananen und Stats. Die Viecher, die wir jetzt ja haben, was für... Alter. Da ist ein Viech. Okay, hier ist nix mehr. Oh, die Karte aus. Was ist denn das da? Die Karte noch so... Ah, hier. Wo steh ich dich? Der ist ja noch gar nix aufgedeckt. Was ist denn das? Das Viech jetzt. Was soll ich das denn überhaupt umbringen? Ich glaube schon. Das ist Gift. Hallo. Hey. Oh, 1 von 5, genau. Oh nein. 1 von 5, äh, fliegenden Giftviechern. Ah. Giftviecher? Ja, die haben wirklich... Du als der Upstacle-Star Wars-Experte hast keinen Namen dafür. Ja, äh, Belden wurden die genannt. Die haben wir noch nie gewählt. Das muss Karte sein. Das ist eine alte Theologie, Stefan. Haben sie wahrscheinlich für's Spiel ausgedacht. Wenn ehrlich. Ja, so Quallen halt. Ich gehe mal in eine Ebene Tiefe. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob... Äh, ist der Kamer-Kristall hier? Äh. Da ist noch einer. Ob, äh, ob dir nicht meins auch angezeigt wird, sozusagen, was? Äh, mein Auftrag. Ne, weil ich stehe hier. Also, mein Auftrag ist das hier. Ach, tatsächlich. Ah, okay. Ah, da war ja auch kurz geworden. Na gut, dann töte ich weiterhin, äh, ja. Ja, was auch immer. Was auch immer. Ist wirklich was auch immer. Mhm. Ist wirklich so ein richtiger was auch immer. Also, ich kann mir vorstellen, dass hier wieder irgendwann an der Seite so ein Knopf ist, aber... Oh, wo ist die Seite? Ja. Also, vorher war das eindeutiger markiert. Ah, nehmt. In die Seitengasse. Ach, nee. Ach, doch. Was? Ja, wo sind die restlichen? Ach, da, aha. Wollen wir so schneller hochklettern? Ach, wo noch? Giftquellen töten. Ja, ist da... Ah, hier ist sie. Jetzt einfach umbringen, falls sie mich vergiften können. Perfekt. Vier von fünf. Was ist das letzte? Oh. Ähm. Ja, aber... Hey, was? Also, ich muss ihr Ziele abschießen. Lol, sie kommen einfach hier hoch. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob du mit musst. Ach, offenbar. Egal. Puh, dann schießt einfach doch. Wow. Ja, das ist wichtig. Ich hab... Schnüffelt. Ich kenne Bilden, das ist ja. Bildens heißt, ja, schau mal. Ja, schön, was krieg ich jetzt dafür? Ja. Äh... Äh... Ey, ich hätte den Gefallen jetzt gern. Ja. Also, irgendwas... Hallo? Jetzt mal wieder was gemacht, was nichts bringt, oder wer? Gibt's ja nicht. Keystellen. Ach, toll. Ach, da haben wir jetzt den Agnat als Charakter. Das kann sein, oder? Ach, nee. Schon wieder hier. Stefan, komm her. Ja. Ja. Wir machen das auf die... Auf die gute alte... Auf die normale Art. Genau. Aber... Einfach dann noch still weitergegeben. Äh, ich seh's grad. Ich schau tatsächlich auch noch mehr auf die Spieler 2 aufschnitt als auf die Spieler 1 grad. Naja. Das ist wirklich... So. Naja. Jetzt. Hör mal auf. Gut. So, äh, ich lass dich gleich los in 3. Du musst dann springen, ne? 3... Ja, ich glaub, es geht nicht, oder? Doch, doch, das geht. 3, 2, 1. Siehste. Oh, fast knapp. Okay. Klar. Ich kann das hier nicht im springen. Ich kann das hier nicht dran springen. Willkommen in der Wolkenstadt. Willkommen in der Wolkenstadt. Wuhu. Weg. Weg. Ja, gut. Also, ich verfehle, der war tatsächlich zu einem Fallpunkt eigentlich schon da. Ja, genau. Das ist ja ganz realistisch. Aber was er hier alles davor hat, in der Wolkenstadt, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Ach so, ich, äh, haben wir schon wieder. Ich glaub, wir haben schon wieder Uhrzeit. Vielleicht schon wieder, ja, genau. Also, wir können natürlich noch ein bisschen länger machen, aber... Nein, ich glaub, wir haben schon wieder Uhrzeit, bin ehrlich. Das passt eigentlich grad schön. Jetzt haben wir... Ich mein, jetzt haben wir... Ja, genau. Wie viel Kleberkristalle hab ich noch mal geholt? Haha. Einen Kometen hab ich auch geschossen, ja. Wir haben... Können wir ja gerne mal schauen. Aber wir haben... Wir haben ja tatsächlich die Folge einige gekriegt, denn jetzt 42 haben wir, oder? Steht uns. Das ist ja mit der Verbesserung. Ja, aber ne, rechts unten steht's doch einfach. Ja, wir haben 42. Aber wir haben bloß Zeit. Ich wär dafür, dass mir das hier erstmal alles vollstackt. Oh ja. Schneller... Schneller... Der Rest ist egal, aber auch nur schneller Sprint. Das ist das Wichtigste. Guck mal die Haußen. Ja, und mir geht die nicht. Ja, komm, einfach schneller Sprint. Der Rest ist mir wirklich komplett egal. Kann man noch bauen? Nein, einfach schneller Sprint. Nein, einfach schneller Sprint. Das ist egal. Sammelgegenstände... Ja, wenn Kalversteine nochmal extra anzeigt. Nein. Die kann man auch markieren, die kann man auf der Karte suchen. Ja. Einfach einfach schneller laufen. Das ist egal. Das ist egal. Das brauchen wir momentan nicht so. Ja, hast recht. Das ist einfach toll. Ja. Wir laufen gern. Perfekt. 30% schneller Sprinten. Also das müssen wir... Wollen wir gleich mal kurz ausprobieren. 0 auf 100. Und? Bin ich sicher auf die... Ich mein... Aber schon, ja. Oh, der hat auch hart. Mindest... Also ich bin... Ich bilde es mir mindestens ein, dass wir... Ja, ja. Also ich hab auch das Gefühl, so schneller. Äh... Warum ist Lando? Äh... Äh... Ja, oder ist er ein bisschen verrückt? So... Ach... Loi... Was ist das denn? So Lando! Gehen wir noch kurz spazieren! Was... Hehehe... Nice! Äh... Wo ist er denn? Wart jetzt einfach nicht mehr! Ob ich denn... Ja gut! Wo ist Lando Calis? Wo ist Lando Calis? Es gibt hier kein Lando Calis, ja! Der Baron... Der Baron ist tot! Der Baron ist tot! Der Baron ist... Ja gut! Ja gut! Aber wir haben ja schon wieder Zeit! Heißt du auf! Nein! Nicht mehr! Mein Geld! Naja, wenigstens das wir eingesammelt! Ja genau! Also würde ich sagen... Äh... Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen! War mal wieder... Äh... Eine qualitativ wohlwertige Folge! Also ich muss sagen, ich fand mich gut! Aber zum Glück nicht einfach... Also... Ja, ich war einfach gut! Kann man so sagen! Der Maik hat mir auch kein einziges Mal getrollt! Sei es mit Absicht oder nicht! War da immer sehr gut! War ein toller Droide! Besser als ich es jemals sein könnte! Und... Äh... Ja genau! Äh... Mekistner! Sack! Ja gut! Das war aber wirklich unabsichtlich das Teil! Ja! Ja, aber trotzdem mit einer Perfektion! Hehehe... Wie ist das? Und... Ich muss mir das eigentlich nochmal... Ich muss mir das auf jeden Fall nochmal anschauen! Und siehst du mich selber wie ich da... Äh... Und ich könnte es auch gerne nochmal zurückspulen! Ja! Wie ich da bei dieser Einliliane einfach über diesen Steg gesprungen bin! Weil das sah eigentlich nicht möglich aus! Ja! Aber ich habe es natürlich lieber wieder geschafft! Genau! Äh... Dann würde ich sagen... Äh... Mögini macht mit euch sein! Servus! Ciao! 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 Ciao!